Tori Spelling wird in der 33. Staffel von den Sing Vista Stars antreten. Zur Teilnahme ermutigte sie die verstorbene Shannon Doherty. Tori Spelling, 51, wird in der 33. Staffel von den Sing Vista Stars um den Sieg tanzen. Die Sendung Good Morning America gab am Mittwoch, 4. September, die teilnehmenden Promis und ihre Tanzpartner bekannt. Vor Spelling war bereits ihr Beverly Hills, 90.210 Coaster Shannon Doherty, 1971 bis 2024, Teil der Show. Dem People-Magazin verrät Spelling, die kürzlich verstorbene Schauspielerin habe sie zur Teilnahme motiviert. Ich erinnere mich, dass sie es geliebt hat. Sie hat mich definitiv im Leben dazu inspiriert, dass man sich wirklich verpflichtet, wenn man sich verpflichtet, erklärte Spelling. Doherty habe sie damit für die Wettbewerbsshow ermutigt, ihre Energie einzusetzen. Dennoch sei es eine harte Zeit mit der Show und all der Aufregung und dem jüngsten Verlust von Sean für sie. Aber ich erinnere mich, dass sie es geliebt hat und voll dabei war, erinnerte sich die Schauspielerin. Beverly Hills, 90.210 Star und ehemaliger DWTS-Kandidat Brian Austin Green, 51, habe bereits von ihrer Teilnahme gewusst. Ich dachte die ganze Zeit, ich weiß nicht. Was soll ich tun? Soll ich es tun? Und er hat gesagt, du wirst fantastisch sein. Du musst das machen, beschrieb sie seine Unterstützung. Auch Greens verlobte Shana Burgess, 39, die als Profitänzerin in der Sendung auftrat, sei eine Hilfe gewesen. Burgess habe Spelling auf Nachfrage potenzielle Tanzpartner genannt, die perfekt zu ihr passen würden. Letztendlich wies ihr die Show dem Turniertänzer Pasha Pashkov zu. Diese Beverly Hills, 90.210 Stars waren bereits dabei. Mit ihrer Teilnahme an der US-amerikanischen Sendung folgt sie weiteren Beverly Hills, 90.210 Kollegen. Während die im Juli verstorbene Doetit 2010 in der 10. Staffel mittanzte, war Green in der 30. Staffel zu sehen. Auf Ian Searing, 60, in der 4. Staffel folgte Jenny Gart, 52, im Jahr darauf. Die beiden Schauspieler schieden im Halbfinale aus und schafften es im Vergleich zu ihren Co-Stars am weitesten. An der neuen Staffel nehmen neben Spelling-Schauspieler Eric Roberts, 68, Model Brooks Nade, 27, und die Trickbetrügerin Anna Sorokin, 33, teil. Auch die Sportler Dwight Howard, 38, und Danny Amendola, 38, sowie die Olympioniken Ilona Maa, 28, und Steven Nedoroski, 25, tanzen um die Trophäe. Ihnen schließen sich die Reality-Stars Joey Grazaitai, 29, Phaedra Parks, 50, und Jen Tran, 26, an. Die Schauspieler Chandler Kinney, 24, und Regenet Felyonson, 72, vervollständigen den Cast. Die 33. Staffel läuft der Mitteilung von ABC News zufolge am 17. September auf seinem Sender und Disney Plus an. Einen Tag später seien die Folgen beim Streaming-Dienst Hule verfügbar.